Herzlichen Dank Frau Pawlitzki, herzlichen Dank Herr Dröbler und allen, die mich eingeladen haben und mir die Möglichkeit gegeben haben, jetzt eine ethische Perspektive auf die KI zu werfen. Das kann man ja aus zwei Richtungen tun. Einmal gibt es die sehr konkreten Anwendungen, die sind zeitlich übersichtlich, da kann man über viele Dinge nachdenken und dann gibt es die andere Ebene, die sehr grundsätzlich und auch zeitlich übergreifend ist. Ich möchte die zweite Ebene jetzt ansprechen, weil ich glaube, dass im Laufe des weiteren Tages noch viel von diesen konkreten Dingen in der Ausstellung, aber auch in den Diskussionen angesprochen werden und mit Herrn Katsugridakis hatte ich so schön besprochen, wenn ich das jetzt am Anfang mache, dann kann ich so ein bisschen auch eine grundsätzliche Fragebrille Ihnen aufsetzen. Wenn man so schaut, mit welchem Einflugwinkel geht man eigentlich in diese Fragestellungen hinein. Und da ist mir Anfang September vor wenigen Tagen ein Artikel in die Hand gefallen in den New York Times, der eigentlich genau die richtige Einflughöhe signalisiert. Da haben nämlich Adam Frank, ein Astrophysiker von der University of Rochester, und Marcelo Gleiser, der ist Physiker und Astronom am Dartmouth College, in den New York Times tatsächlich an den Grundfesten unseres Verständnisses vom Universum gerüttelt. Das James Webb Weltraumteleskop, Webb in dem Fall, also oft nennt man es einfach Webb, das hat aber dann zwei B im Unterschied zu dem Webb mit einem B, hat Galaxien gefunden, die es nach unserem Standardmodell des Universums eigentlich zu der Zeit, zu dem das Webb es sie nun gefunden hat, hätte gar nicht geben dürfen. Außerdem hat sie noch einmal mehr Zweifel an der Hubble-Konstante genähert. Die sagt ja, wie schnell das Universum sich ausbreitet. Das heißt, all das, was wir in unserem Standardmodell über das Universum annehmen, ist möglicherweise falsch. Und diese beiden Wissenschaftler, und das sind jetzt keine Flacherdler oder so, die sagen, dass wir über die elementaren Grundelemente das dessen, was das Universum ausmacht und auch über unsere Vorstellungen von Raum und Zeit neu nachdenken müssen. Und so etwas fasziniert mich, wenn das, was wir so lange für selbstverständlich gehalten haben und es ja auch für unsere Orientierung im Alltag so weit erstmal funktioniert hat, plötzlich uns dazu bringt, zu sagen, wow, darüber müssen wir neu nachdenken. Und das tut, glaube ich, auch nicht nur das Web mit zwei B, sondern das Web mit einem B und die KI. Sie wird in vielen Bereichen eingesetzt, mal mehr oder weniger von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Seit Chat-GPT ist es, glaube ich, in der Öffentlichkeit nun wirklich angekommen. Und wir könnten jetzt einmal schauen, inwiefern das wirklich auch grundstürzende Fragen von für selbstverständlich Gehaltenem aufwirft. Und das möchte ich gerne mit Ihnen an fünf gesellschaftlichen Bereichen ein bisschen durchgehen. Also meine erste Frage wäre, liebe KI, was wird aus unserer Arbeit? Da würde die KI vielleicht sagen, ich entlaste euch bei schweren und belastenden Arbeiten. Ich werde zwar ein paar Berufe abschaffen, aber ich werde auch ein paar neue schaffen. Also an Arbeitsplätzen wird es euch nicht mangeln. Ich werde euch lebenslanges Lernen ermöglichen und ich ermögliche dir mehr Freizeit. Was du dann damit machst, das musst du dir selber überlegen. Aber du hast jedenfalls mehr Freizeit. Jetzt sagen aber andere, Arbeitslosigkeit, gut, das ist eine kontroverse Diskussion. Viele Studien gibt es. Einige sagen, die Arbeitslosigkeit wird uns erst einmal überrollen. Andere sagen, das wird aber spätestens mittelfristig nicht so schlimm, weil neue Berufe entstehen. Der Europäische Ethikrat hat 2017 schon eine Stellungnahme oder 2018 herausgegeben zur Zukunft der Arbeit auf Anfragen der Europäischen Kommission. Und dort haben wir damals schon Empfehlungen gegeben im Hinblick darauf, dass wir langfristig nachdenken müssen. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, für neue Berufsbilder nachzudenken, also Vorbereitungen zu treffen, Ausbildungsgänge zu schaffen. Die kann man ja normalerweise auch nicht einfach so aus dem Boden stampfen. Wir müssen jetzt anfangen, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich die Sozialsysteme im Zusammenhang mit Arbeit gestalten. Das heißt, wir müssen ganz grundlegend auch darüber nachdenken. Und da bin ich mir mit Herrn Precht im Arbeitsbegriff nicht einig, aber da kann man ja vielleicht noch darüber diskutieren. Was ist denn eigentlich Arbeit? Warum arbeiten wir eigentlich? Was möchten wir, wie Arbeit eigentlich ist? Und der Europäische Ethikrat hat sich zu einer Definition verstanden, wo wir gesagt haben, Arbeit ist all das, was ein Mensch, so mehr oder weniger auf Dauer angelegt, wirklich als Aufgabe und Beitrag in die Gesellschaft hineinträgt. Und das muss nicht die bezahlte Arbeit sein. Wir verstehen unter Arbeit erstens entweder, das ist etwas, das man eigentlich gar nicht machen möchte. Das ist also irgendwie belastend. Und zweitens, es muss bezahlt sein. Und eigentlich macht man das auch nur, um bezahlt zu werden. Wir sitzen hier wahrscheinlich viele, die auch ein anderes Verständnis von Arbeit haben, weil ihnen die Arbeit Freude macht, weil sie damit ein Ziel verbinden und weil das auch einen gewissen Sinn in ihr Leben hineinträgt. Und genau das war auch der Ansatz des Europäischen Ethikrates, zu sagen, Arbeit ist etwas, das so viel im Leben eines Menschen ausmacht, wo er seine Talente, seine Handlungen, seine Ermessensspielräume ausleben und ausarbeiten, weiterentwickeln kann. Dass es wichtig ist, dass eine Gesellschaft auch die Bedingungen dazu bereitstellt, dass diese Art von Arbeit möglich ist. Und da kann KI eine Hilfe sein, zweifelslos. Aber sie wird uns tatsächlich ermöglichen, noch einmal neu darüber nachzudenken, was Arbeit ausmacht, warum wir arbeiten und wie das dann auch mit Sozialsystemen zusammenhängt. Warum sind all die Ehrenamtlichen, die die Familienpflegearbeit machen etc.? Warum wird das nicht mehr berücksichtigt, auch in unseren Sozialsystemen, wenn doch ihr Beitrag zu unserer Gesellschaft so wichtig ist? Ein zweiter Bereich ist, also eine Frage, die man stellen könnte zur Gesundheit, ist, liebe KI, was wird eigentlich aus unserer Gesundheit? Also ich vermute mal, dass viele irgendwie so eine Smartwatch vielleicht am Hand haben oder irgendeine Gesundheits-App auf ihrem Smartphone haben, sich in bestimmten Hinsichten tracken, sich Trainingsziele zurechtlegen etc. Das wird sicherlich auch durchaus dem einen oder anderen sehr helfen. Und das Wettbewerbliche daran, das motiviert ja auch einige Menschen. Und die KI kann sagen, ich helfe euch beim Erkennen und Therapieren von Krankheiten. Ich kann das ganze Wissen der ganzen Welt aus den wissenschaftlichen Journalen zusammentragen und in den klinischen Entscheidungsunterstützungssystemen genau für diesen Patienten das richtige Medikament in der richtigen Dosierung ermitteln. Etwas, was ein Arzt selber alleine natürlich so überhaupt nicht überblicken kann. Die KI kann sagen, ich kann eure Forschung unterstützen, ich kann eure Versorgungsprozesse im Gesundheitswesen effizienter machen und all das stimmt. Wir haben am Center for Life Ethics selber eine große Expertise für die Bertelsmann Stiftung gemacht über Tech-Giganten im Gesundheitswesen, wo wir 16 Unternehmen gründlich untersucht haben, dann auch eine ethische Evaluation angeschlossen haben und politische Empfehlungen abgeleitet haben. Die Tech-Giganten können eine ganze Menge oder auch nicht nur die Tech-Giganten, aber auch eine ganze Menge zur Gesundheitsversorgung und zur Verbesserung unserer Gesundheit beitragen. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Wie John Hyde herausgearbeitet hat, er ist von einem Befund ausgegangen, dass das Center for Disease Control in den USA in immer sich wiederholenden Befragungen zur Gesundheit und zum Gesundheitsverhalten festgestellt hat, dass die Anzahl der jungen Mädchen mit dauerhafter Ängstlichkeit und schlechter Stimmung, also Depressivität, enorm zugenommen hat. Und zwar kontinuierlich zugenommen hat, aber sprunghaft zugenommen hat 2012, als Instagram wirklich sich verbreitete. Und dass auch die Anzahl, es sind 57 Prozent, die sagen, sie haben wirklich ernsthaft zu leiden unter Ängstlichkeit und Depressivität. Und diejenigen, die sagen, sie haben wirklich ernsthaft schon über einen Suizid nachgedacht, ist auf 30 Prozent gestiegen. Und wenn sie auf Veröffentlichungen stoßen, die sagen, dieser Zusammenhang, der lässt sich kausal nicht darstellen, dann lesen sie John Hyde. Das stimmt nämlich nicht. Die, die sagen, es hängt nicht kausal zusammen, sind die, die die ganze Altersgruppe untersuchen, aber die nicht speziell auf die Mädchen schauen. Denn bei Jungen ist dieser Effekt tatsächlich nicht so groß oder quasi marginal. Das heißt, KI kann auch krank machen oder jedenfalls das, was wir dann aus KI machen, so wie eine solche Plattform gestaltet wird. Es gibt interessante weitere Entwicklungen. Es gibt ein neues Foundational Model. Da geht es um Bilder der Netzhaut. Und an diesen Bildern können zukünftige Erkrankungen, also Krankheitsrisiken, die jetzt schon bestehen vielleicht, aber derjenige ist noch gar nicht krank, er wird in Zukunft krank, mit relativ hoher Genauigkeit ermitteln. Und dieses Modell kann eben auch so trainiert werden, dass es auf systemische Erkrankungen, nicht nur auf Augenerkrankungen hin, Aussagen treffen kann. Wir machen auch selber Studien zu algorithmischer Ermittlung des Risikoprofils für psychische Erkrankungen oder für eine Alzheimer-Demenz oder für Parkinson-Erkrankungen. All das ist keine Rocket Science mehr, sondern das wird zunehmend in unseren Alltag Einzug halten, weil dann die Art und Weise, wie wir auf dem Smartphone tippen, die Art und Weise, wie wir uns bewegen, unser Gangbild, unsere Geschwindigkeit, die Regelmäßigkeit, Risiken, ein Risikoscore ermitteln können, an welcher Erkrankung wir in den nächsten fünf Jahren möglicherweise dann erkranken werden. Was macht das aber mit dem Wissen? Wenn wir sagen, ja, ist ja großartig, dann kann man ja Prävention betreiben. Ja, aber nur dann, wenn es dafür wirklich ein Medikament gibt oder überhaupt eine Behandlung gibt. Das ist beispielsweise bei der Alzheimer-Demenz nicht der Fall. Was passiert, wenn uns dann mitgeteilt wird? Die Wahrscheinlichkeit, dass du in fünf Jahren eine Alzheimer-Demenz wirklich auch symptomatisch entwickelt hast, liegt bei 85 Prozent. Und jetzt vergessen Sie Ihren Autoschlüssel morgens. Normalerweise würden Sie denken, ach, schlecht geschlafen, war abgelenkt, wie auch immer. Wenn Sie aber dieses Wissen haben, denken Sie, wow, geht das jetzt los? Ist das jetzt das erste Symptom? Dann muss man sich fragen, gibt es nicht sogar schon so etwas wie Self-Fulfilling Prophecies? Dass man dann so eine Selbstkonzeptionalisierung durch diese Risikoprofile mitnimmt, dass man sich auf Arten und Weisen verhält, die letztlich dazu führen, dass es sich manifestiert. Das ist ja mit dem Menschen und seinem Verhalten sehr trickreich. Also neue Fragen dazu. Was bedeutet uns Gesundheit im Alltag? Wie viel Wissen über zukünftige Gesundheitsrisiken wollen wir eigentlich haben? Und wer entscheidet darüber? Entscheidet das Smartphone darüber, dass diese Nachricht automatisiert sendet? Oder muss man doch nicht gründlich mit Arzt und Patient zusammen darüber reden, ob das für den einen gut, für den anderen nicht gut? Wir haben in unseren Studien herausgefunden, dass es für manche sinnvoll ist. Die fühlen sich in ihrer Selbstbestimmung bestärkt und andere eben nicht. Die sagen, es belastet mich zu sehr in meiner Lebensführung. Und darauf müssen wir dann beim Einsatz der Technologie entsprechend reagieren oder Rücksicht nehmen. Eine Frage, die sich dann auch stellt, ist, wenn man das alles präventiv behandeln kann und es aber nicht tut, kündigen wir dann die Solidarität in der Gesundheitsversorgung und sagen, aber das ist ja doch selber schuld. Wieso sollen wir jetzt als Gesellschaft in der solidarischen Gesundheitsversorgung dafür einstehen? Das sind ja grundlegende Fragen, die durch die KI angestoßen, jetzt tatsächlich noch mal neu gesellschaftlich diskutieren müssen. Die nächste Frage könnte sein, liebe KI, was wird denn aus unserem Klima? Da sagt die KI, ganz toll, ich kann ganz viele Informationen zusammentragen, um eure Nachhaltigkeitsbemühungen zu unterstützen. Ich kann neue Ideen kreieren. Ich kann euch dabei helfen, alle Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erfüllen. Und ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber was auch stimmt, ist, dass die KI-Programmierung selber und das Trainieren großer KI-Systeme enorm energieintensiv ist. Ein großes KI-System zu trainieren, so ein Beispiel ist, dass es fünf Autos in ihrem ganzen Lebenszyklus sind, einschließlich des Benzinverbrauchs. die dafür aufgewendet werden müssen. Und wer trainiert diese KI? Wer labelt die Daten? Das sind oft Menschen in Gefängnissen oder in sozial prekären Umständen, die in ihrer Arbeit dafür ausgenutzt werden. Das ist ja auch ein Thema der sozialen Nachhaltigkeit. Also neu denken, was uns eigentlich an Nachhaltigkeit wichtig ist in diesem Dreiklang von ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit. Und wie sehr wir dann auch Regulierung so gestalten, dass dieser Aspekt ausreichend Berücksichtigung findet, zumindest transparent ist. Ein wichtiger Bereich ist auch die Frage, liebe KI, was wird aus unserer Bildung? Da sagt die KI, ja, ist doch großartig, kann euch so viele Informationen zur Verfügung stellen. Diejenigen, die normalerweise nicht Zugang zur Bildung haben, haben sie dadurch durch diese ubiquitäre Verfügbarkeit von Informationen. Ich bin quasi immer verfügbar und kann das alles begleiten. Und trotzdem, ja, man sollte sie dazu nutzen, aber Bildung ist ganz zentral ein Beziehungsgeschehen. Es geht nicht darum, einfach Informationen anzuhäufen, sondern mit diesen Informationen muss etwas gemacht werden. Es muss kontextualisiert werden. Es muss in der Bedeutung der Information auch einem bestimmten Ziel, einem bestimmten Sinnhorizont zugeordnet werden. Und wenn Schüler in den Schulen sitzen, dann lernen sie, weil die Augen des Lehrers blitzen und nicht, weil sie eine fantastische Übersicht über Informationen haben, sondern weil sie merken, das hat existenziell etwas mit mir und meinem Leben zu tun. Das lohnt sich, dies zu lernen und umzusetzen, weil es mich in eine andere Beziehung zu dieser Welt bringt. Weil es Resonanzen eröffnet, wenn man den Begriff mag. Ich mag ihn, andere nicht, aber es hat etwas damit zu tun, in eine schwingende, in eine lebendige Beziehung einzutreten. Und das kann eine KI nicht. Aber wir sprechen manchmal so über KI und ich tue es natürlich jetzt provokativerweise auch ein bisschen, so als sei sie ein Mensch, als sei sie ein Dialogpartner. Wir sprechen von vertrauenswürdiger KI. Das würde man aus der ethischen Perspektive als Begriff ablehnen oder als Marketing-Gag bezeichnen. Denn Vertrauen kann ich ja nur etwas und eigentlich gar nicht etwas, sondern jemandem, der auch Verantwortung übernehmen kann, der ein Versprechen brechen kann oder nicht brechen kann. Also Vertrauen hat etwas damit zu tun, nicht, dass ich mich auf etwas verlasse. Das ist etwas anderes. Ich kann mich auf eine Technik verlassen. Aber Vertrauen kann ich nur jemandem, zu dem ich in eine moralisch relevante Beziehung eintreten kann und der selber ethikfähig, moralfähig ist, also Verantwortung übernehmen kann, sich um Entschuldigung bitten kann, sich entschuldigen kann man ja sowieso nicht. Eine KI kann auch nichts entscheiden, das wird auch gerne benutzt, Algorithmic Decision Making oder so etwas. Eine KI hat keine Werte, die kann etwas errechnen, die kann Muster erkennen und die kann auch irgendetwas dazu prozedieren, aber sie kann nichts entscheiden, sie kann nicht abwägen. Sie hat auch im Übrigen keinen Körper, der in irgendeiner Form wüsste, was sie da tut. Eine KI kann aus einer Proteinstruktur erkennen, wie diese Substanz riechen wird, aber nur durch die Zuordnung von Adjektiven, sie selber kann nicht riechen. Um Entscheidungen zu treffen, die relevant sind in dieser Welt, ist es aber erforderlich, Werte zu haben und Werte kann man nur haben, wenn man ein Bewusstsein hat, die Möglichkeit hat, auch ein bisschen von sich abzutreten, also mal über sich hinaus zu gehen, sich von außen anzuschauen, abzuwägen und diese Entscheidung im Licht eines größeren Kontextes zu fällen. Das alles kann eine KI nicht. Aber wir sprechen so, als sei sie ein Mensch und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn dadurch auch Ängste freigesetzt werden oder Szenarien kommen, die dann, so wie bei der Singularität, den Eindruck hervorrufen, als hätten wir dann irgendwann den Zeitpunkt, wo die Maschinen diese Welt übernehmen. Das tun sie nur, wenn wir es zulassen. Wenn wir es nicht zulassen, können sie es nicht tun, weil sie sich auch selber keine bedeutungsvollen Ziele setzen können. Letzte Frage, liebe KI, was wird bei uns aus Politik und demokratischer Streitkultur? Da kann sie auch sagen, ja, ich gebe euch so viele Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu kommen. Wir haben die sozialen Plattformen, ich kann den Politikern ermöglichen, mit allen Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten, sie sogar gezielt anzusprechen und ich ermögliche allen Menschen, sich irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Ja, das stimmt. Aber die Art und Weise, wie das gestaltet wird, hat eben auch seine Schattenseiten. Die sozialen Medien fördern nicht nur einen vernünftigen Austausch und eine sachorientierte Debattenkultur. Sie fördert eben auch alle möglichen Falschnachrichten, Hassentwicklung, die Äußerung von Dingen, die mit Argumenten überhaupt nichts zu tun haben, sondern nur darauf aus, in eine Position da reinzusetzen und so zu tun, dass dadurch, dass man sie ausdrückt, sie eigentlich auch schon wahr ist. Und das, was eine Demokratie braucht, ist der Streit im wohlverstandenen Sinne. Also etwas, wo man in Anerkennung des Anderen, in seiner Würde, in seiner Selbstbestimmung, in seinem Wert, unabhängig von seiner Position, sich über eine Sache austauscht und Argumente anfügt und dann auch bereit ist, sich selber infrage zu stellen. Also das bessere Argument zählen zu lassen. Aber wenn man diese Überzeugungsarbeit nicht versucht, diese Infragestellung, das Kämpfen darum, der Wahrheit ein bisschen näher zu kommen, jedenfalls der Wahrheit, die für diese Frage zwischen den Menschen dann angenommen wird, dann verliert die Demokratie ihr eigentliches Leben, weil diese Freiheit im Zusammenleben von vielen, auch in der Vielfältigkeit, nur gelingen kann, wenn wir in Kontakt miteinander bleiben und uns zuhören und den Andersmeinenden nicht als minderwertig abstempeln, abklassifizieren und ihm nicht mehr zuhören. Das heißt, wir haben durch KI auch die Möglichkeit, noch einmal neu wieder darüber nachzudenken, was ist Freiheit und Demokratie, was ist uns daran wichtig, worauf müssen wir aufpassen, wie sehr müssen wir uns an welchen Stellen dafür einsetzen, dass Demokratie und Freiheit die Grundpfeiler unseres politischen zusammen- und gesellschaftlichen Zusammenlebens bleiben. und damit komme ich zum Schluss. Die eine Ethik der KI gibt es nicht. Schon gar nicht gibt es die KI, die sich an bestimmten Prinzipienlisten abarbeitet und man sagt, wenn man Fairness und Transparenz und so hat, dann hat man das Ganze auch erledigt. Solche Prinzipien können hilfreich sein bei einer gewissen Operationalisierung, bei bestimmten Anwendungen, aber wenn man wirklich die tiefen ethischen Fragen nach dem sinnvollen Einsatz von KI in bestimmten Kontexten stellen will, dann muss man sich anstrengendere Fragen stellen, von denen ich versucht habe, ein paar aufzuwerfen. Und wenn man dann die KI fragen würde, liebe KI, was soll uns Menschen denn wichtig sein? Was macht denn ein sinnvolles Leben aus? Dann merken wir wohl, dass wir diese Antwort selber geben müssen. Und das weist daraufhin auf einen Mechanismus, der mir seit langem in der ganzen KI-Diskussion immer wieder vor Augen steht. Je mehr Maschinen können, desto mehr Mensch müssen wir werden. Vielen Dank. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Vielen Dank.